Danke, EM-Halbfinale hier in München, 4-0 gegen Timo Boll. Hätte dir das jemand vor ein paar Jahren gesagt, wie hättest du darauf reagiert? Boah, vor ein paar Jahren wäre ich natürlich ein bisschen gestutzt gewesen. Ich meine gegen Timo zu gewinnen, egal in welcher Höhe, ist atemberaubend. Das ist für mich auch das erste Mal, als ich gegen gewonnen habe. Jetzt habe ich auch eine Medaille sicher. Das ist natürlich auch nochmal sehr, sehr schön on top. Aber jetzt kommt das Halbfinale auch bald und ich bin jetzt auch keiner, der sich jetzt auf irgendwelchen Siegen ausruht und versuche mich jetzt so gut es geht auf das Halbfinale zu konzentrieren. Als du die Ausrufung gesehen hast, war Medaille das Ziel? Ich meine, ich bin hier an 4 gesetzt. Irgendwo weiß ich auch, dass ich weit kommen kann. Natürlich weiß ich aber auch, dass wenn es nicht gut läuft, dass ich in der ersten Runde schon schnell rausfliegen kann. Ich habe da gar nicht so weit ins Ausrufungsfeld reingeguckt, wer auf mich läuft. Ich habe gedacht, ich fokussiere mich von Runde zu Runde. Andernfalls wird man eh wahnsinnig und deshalb habe ich glaube ich relativ gut hinbekommen bis jetzt. Ja, du hast die Medaille zum Glück schon sicher. Matthias Falk und Ruls Möregat kämpfen jetzt darum. Gibt es da noch einen kleinen Ausblick, wen du lieber hättest? Boah, ich meine, es sind beides Schweden. Es ist schon mal schön, dass ich nicht mal wieder gegen Deutsche spielen muss. Das freut mich am meisten hier. Aber ich habe da gar keinen Favoriten. Ich meine, ich glaube, die sind beide auf einem ähnlichen Level. Die sind beide sehr, sehr gut drauf. Beide Vize-Weltmeister, also da wartet eine große Hürde auf mich. Deswegen kann ich mir da keinen aussuchen. Ja, dann endlich nach zwei Spielen wird heute noch das Münchner Publikum hinter dir stehen. Viel Spaß dabei. Timo, Viertelfinale gegen DankQ. Einen sehr, sehr starken DankQ. Was sagst du selber zu dem Spiel? Ja, einfach verdient gewonnen. Ich meine, in allen Belangen war er heute überlegen, gerade im Aufschlag-Rückschlag-Bereich. Da hätte ich gerne ein bisschen präziser gespielt, ihn mehr gefordert, da schwere Rebelle spielen zu müssen. Aber das habe ich nicht geschafft und hätte vielleicht den ersten Satz irgendwie nach Hause bringen müssen. Aber da hat er dann eine super Serie gestartet und dann das eigentlich auch durchgezogen. Und ich habe dann auch nicht mehr so das Selbstvertrauen und auch so die Qualität in den Schlägen gehabt, um ihn da irgendwie in Bedrängnis zu bringen. Von daher ganz verdient gewonnen. Und muss ich akzeptieren heute leider, aber so ist es. Du hast eben vor dem Münchner Publikum gesagt, dass das nicht das letzte Mal gewesen ist, dass du in der Halle stehst. Wie hast du deine Zukunft geplant? Wie lange willst du noch Tischtennis spielen? Ja, ich habe ja bei Borussia alleine schon einen Vertrag bis 2025. Und da habe ich auch vor, den zu erfüllen. Ich meine, mir macht es immer noch viel Spaß zu spielen. Die Spiele heute, wenn sie so deutlich vor allem ausgehen, die tun weh, auch wenn es eine tolle Kulisse war. Aber ja, wie gesagt, mir macht einfach auch diese tägliche Routine, das Training gegen die Jungs Spaß. Und ja, das Turnier war eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich ganz cool. Gerade auch die erste Runde, dieses Spiel zu drehen und dann auch zwei souveräne Runden gespielt zu haben, wo ich mich verbessert habe. Aber ich habe schon gewusst, dass gegen Dung ein anderes Kaliber ist. Und er hat mir leider die Grenzen aufgezeigt. Ja, dann haben die Zuschauer noch genug Chancen, dich in der Halle live zu sehen. Danke dir. Danke dir.